ich habe seit mehr als gut zwei monaten diese compact tc 18 im einsatz und benutze sie zum monitoring und jetzt wurde ich gefragt wie siehst du eigentlich den einsatz der kamera und wie würdest du sie bewerten und dazu komme ich heute es ist schwierig dass in wenigen minuten zu machen deshalb gliedere ich das in eine kurz vorstellung in mein einsatzgebiet in die einsatzmöglichkeiten die kamera bietet in die cloud ab und damit die verbundenen kosten ernenne die vor und nachteile und am schluss gibt es meine bewertung ja und beginnen wir gleich am anfang die compact tc 18 ist ein fast komplettes etwas wir hier vom compact bekommen lediglich eine micro sd ist nachzurüsten und es ist eine pd kamera mit einem solarmodul und eins der wichtigsten features die die kamera überhaupt hat ist diese pan and tilt funktion das heißt ich kann sie fast um die eigene achse drehen es bleibt nur der kleine pfosten ausgespart an dem sie hängt und sie kann sich 90 grad nach unten neigen die kamera ist solar unterstützt und hat einen riesigen 8000 milliampere akku eingebaut ich habe die kamera auch schon mal 14 tage bis drei wochen im feld gehabt ohne die solarzelle es funktioniert und ich kann unterstreisen die macht wirklich 365 tage ohne batterien was ich ganz wichtig und ganz toll fand während unserer untersuchung und im feld ich kann von infrarot auf weiß licht schalten und was für mich überraschend war das wild akzeptiert das daher nun ganz kurz und ich versuche mich wirklich kurz zu halten zur compact tc 18 meinen ersten film verlinkt ich oben dann muss ich hier gar nicht näher darauf eingehen das einsatzgebiet dieser kamera ist unendlich ich will euch das nur mal an einem beispiel zeigen wir untersuchen ja die wanderwege der wildkatze also die korridore und haben unweit von hier sehr viele todfünde an der autobahn in meinem zuständigkeitsbereich gibt es eine unterwanderung der autobahn direkt an einem fließgewässer und dort gibt es einen wildkorridor da wir in unserem reich keine todfunde hatten wusste ich dass die wildkatze hier unter der autobahn durch marschieren wird also habe ich hier die pt kamera hingehängt mit dem blick unter dieser brücke hindurch um zu sehen ob die wildkatze hier durch streicht und tatsächlich sie kam dann und schlichte unten rum und letztendlich aus dem blickwinkel der kamera heraus das ist kein problem denn wir können die kamera per app nachstellen das habe ich dann gemacht und auf das nächste mal auf die wildkatze gewartet und sie kam tatsächlich immer wieder schlicht wieder vor der kamera vorbei bis sie aus dem blickwinkel dieser wieder herausgetreten ist und ich habe die kamera wieder neu nachjustiert man kann sich vorstellen dass das über einige wochen geht und so bin ich also der wildkatze hier gefolgt mit dem nachstellen der kamera bis es nicht mehr ging ich habe die kamera umgehängt um sie dann wieder neu einzujustieren um den weg der wildkatze weiter zu beobachten die entfernung ist in diesem gelände also circa 15 meter gewesen weiter hat sie nichts wahrgenommen aber das ist ausreichend wenn man der katze also der art nachlaufen kann und am schluss habe ich herausgefunden dass die katze hier nicht in ihr gehäcke geht sondern da hinten gab es eine stelle wo der bauer seine kühe mit silage gefüttert hat und in dieser silage sind einer haufen körner mit dabei die natürlich mäuse anziehen und die mäuse waren das futter der katze ich möchte nur ein paar beispiele der möglichen einsatzzwecke geben zum beispiel auf meinem grundstück das ist ein grundstück da ist eine ecke und zwar geht es links rum und geht es rechts rum hätte ich jetzt die kamera hier an dieser stelle positioniert kann ich mit diesem pan und tilt um die ecke schauen und ich kann die kamera wenn ich möchte immer wieder auf eine neue sichtweise einstellen und das macht ein grundstück dann doch sehr überschaubar für also eine kamera ein klassisches anwendungsbeispiel ist allerdings für den jäger wenn er zum beispiel wie hier in einer kanzel sitzt und eine riesige fläche vor sich hat und hier die wanderwege also die trails der wildtiere erkennen möchte dann geht es mit einer solchen kamera hervorragend und er kann auch noch ein zoomen in dem beispiel gibt es einen bauern der hat hier vier koppeln aneinander würde die kamera jetzt in der mitte stehen könnte er von koppel zu koppel schauen oder dann abends schauen sind die tiere gut untergebracht über tag schauen legen sie im schatten und so weiter hier bei den fohlen bei jungtieren generell ist es wichtig dass man ab und zu hinschaut geht es den tieren gut was machen sie und das ist mit der kamera natürlich möglich die muss nicht ständig an sein sondern ich kann sie gezielt einschalten und dann auch gezielt auf der weide schauen ob alles in ordnung ist das finde ich ist ein großer einsatz für diese kamera der hobby land wird hier hat ein großes langes grundstück eigentlich ideal dazu um hütte gatter etc zu überwachen dieser betrieb hat immer wieder ärger mit wilden ablagerungen hier wäre es ideal so eine kamera hinzustellen um die einfahrt im auge zu behalten einen alarm zu bekommen oder zu schauen ob alles in ordnung ist industrieanlagen werden ja schon überwacht und hier könnte ich sogar dann auf einzelne bauteile schauen um deren funktion zu prüfen das heißt eine fernwartung wäre möglich wochenendgrundstücke vor allen dingen weitläufige wochenendgrundstücke sind mit der kamera nicht nur permanent zu überwachen sondern viel wichtiger manches mal nach dem rechten zu schauen wenn man das gefühl hat man müsste nachsehen kommen wir zu einer wichtigen geschichte nämlich die kosten es fallen zwei kostenarten an zunächst ist dass die datenübertragungsgabe die ist hier von iart club und die kostet 4,80 euro für einen monat gelegentliche benutzung das sind 300 mb und das sind ungefähr 27 tagesaufnahmen die zweite kostenstruktur kommt von dem cloud service also von der app und hier muss man aufpassen die leuchtet immer mal wieder auf und man hat ganz schnell drauf gedrückt und nochmal 3 euro 99 für 30 tage gezahlt schauen wir uns die kosten an wie die entstehen und warum die entstehen wir haben das gerät und das benutzt halt diese app von uconn und die app kommuniziert mit der kamera und die kamera kommuniziert mit dem 3g service und der wiederum mit der app also das ist eine verbindung die ist nicht aufzulösen und die kosten entstehen dadurch für ungefähr also für 300 mb das heißt für einen monat 4 euro 80 für den verkehrsdienst 3 euro 99 für die app sind 8 euro 79 300 mb sind 27 clips das heißt der clip kostet 32,55 cent das ist echtes geld und das muss man überlegen ob man das ausgeben will aber keine serie ohne original bilder was man hier sieht rechts im bild das ist ein bisschen verschwommen da war ich allerdings mit fettigen fingern dran schuld wir haben hier füchse angelockt es ging darum festzustellen ob der räudige fuchs noch dabei ist und wir sehen hier eine ganze menge von unterschiedlichen aufnahmen von bildern die kamera hängt hier hoch im baum hier hängt sie etwas tiefer wie gesagt rechts das ist mein fettfinger links das sind die original aufnahmen wenn man ganz links in die tannenspitzen hinein schaut die aufnahmen sind schon sehr gut für eine pen and tilt kamera die ja in erster linie durch hohe bild komprimierung aus der reihe sticht sind das exzellente aufnahmen wie gesagt meine beste pen and tilt die ich bisher hatte ich hatte vier stück und die wird hier richtig gut gebraucht im einsatz hier ist gerade eine browning angegangen die den fuchs von der seite aufgenommen hat hier das sind die füchse bei der schluckimpfung und da habe ich mich gewundert ich habe irgendwann das weißlicht angemacht und erstaunlicherweise haben sich die füchse an diesem weißen licht überhaupt nicht gestört und ich habe dann der rest der nacht die kamera in weißlicht laufen lassen wie man hier erkennt ist das kein problem die füchse akzeptieren das und man sieht auch dass die burschen hier ganz schön kräftig zuschlagen es war hier bei dieser serie kein räudiger fuchs dabei das zeige ich irgendwann in einer anderen serie auch mit einer anderen kamera ja das sind aufnahmen von meinem grundstück den marder den gibt es leider nicht mehr aber man sieht hier dass die kamera exzellente bilder es ist die kamera in infrarot einstellung gezomt also die kamera hat gezomt und die darstellung des steinmarders ist hervorragend zoom jetzt mit dem software mal rein und wenn man dem kerlchen auf die tatzen schaut dann kann man erst beurteilen wie wirklich gut diese aufnahmen sind kommen wir noch zu einer letzten schwierigen tagesaufnahme ein bienenschwarm ist mir zugeflogen die wuseligen bienen hier kaum zu erkennen die komprimieren macht das schwierig aber ansonsten ist das bild hervorragend um das video nicht zu lange auszudehnen komme ich ganz kurz zu den vor und nachteilen und auch da nicht alles ganz wichtig bei mir ist die bildqualität und diese kamera hat wirklich eine hervorragende bildqualität dazu kommt die umschaltbare möglichkeit zu weißlicht und das energiemanagement also ich garantiere diese kamera kann wirklich 365 tage im feld bleiben ja bleibt zuletzt der variable blickwinkel ohne das wild zu stören das größte ärgernis für mich war die 4g netz abdeckung in deutschland wir sind hier immer noch im hintertreffen in ganz europa dazu kommt dass das 4g netz bei uns richtig geld kostet wie wir schon festgestellt haben schauen wir mal über den tellerrand wo ich bisher gewohnt habe das ist spanien katalonien man sieht hier ist die abdeckung doppelt so dicht und nur halb so teuer was mir nicht gefällt gleich vorne weg ist die befestigungsmöglichkeit man schwärmt zwar davon dass diese kamera die kamera überall eingesetzt werden kann aber wenn ich diesen halter einmal drin habe dann kann ich den nur noch mit der brechzange raus machen dann wird da wahrscheinlich die nasen kaputt sein und dann ist es auch schon schluss mit lustig also was ich hier vermisse ist tatsächlich so ein schlitz wo ich das ding per gurt fest mache irgendwie denn das ist mir zu wenig liebe leute ich habe mir dann selbst eine kleine holzhalterung gebaut mit der wäre ich dann wirklich flexibel und konnte sie überall anbringen kommen wir zum schluss und zu meiner ganz persönlichen eigenen bewertung für mich die beste panel tilt kamera die ich bisher hatte die bildqualität überzeugt mich sie ist sehr schnell in der bedienung die man hat sehr viel getan hier in der komprimierung und das macht es eigentlich aus hinzu kommt die möglichkeit sie im revier zu lassen ohne das wild großartig zu stören ganz großer vorteil für mich so der film ist doch schon länger geworden und ich möchte zum schluss kommen das war meine beurteilung über die compact tc 18 und wenn dir der film gefallen hat danke ich dir für einen daumen nach oben du kannst meinen kostenlosen kanal gerne abonnieren und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020